Moin ihr Sonnenscheine, Terrorgefahr, keine Zwift-Konzerte. Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen sind drei Konzerte des US-Popstars Teller Zwift in Wien abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter mit. Zuvor waren zwei Männer festgenommen worden, die verdächtigt werden, Anschläge im Raum Wien geplant zu haben. Als ein mögliches Ziel galt laut Behörden eines der Konzerte. Bei einem der Verdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen Österreicher. Er soll sich im Internet zum Islamisten radikalisiert haben. Alexa, Wetter! In Berlin beträgt die Temperatur momentan 18 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute ist mit überwiegend bedecktem Himmel sowie einer Höchsttemperatur von 22 Grad und einer Tiefstemperatur von 14 Grad zu rechnen. Und, Alexa, Wetter für morgen? Hier ist der Wetterbericht für morgen in Berlin. Höchstwahrscheinlich gibt es überwiegend bedeckten Himmel mit einer Höchsttemperatur von 22 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 14 Grad. Sehr schön. Alexa, Spruch des Tages! Hier ist der Spruch des Tages für den 8. August von John Lennon. Zähle dein Alter an deinen Freunden, nicht an deinen Jahren. Zähle dein Leben mit einem Lächeln, nicht mit Tränen. So ist es. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Komm gesund durch den Irrsinn. Passt auf euch auf. Salü hier aus Berlin.